Ein bisschen ruckeln, aber ist nicht schlimm. Okay. Ja, das Ruckeln stört mich aber ein bisschen. Mich stört's. Da oben könnte ich welche überfallen, oder? Was macht ein österreichisches Mädchen, wenn es nur noch so schlau kann? Er zählt die Fliese im Keller. Wow. Ja, der ist schwarz, ja. Der ist schwarz. Hallo. Alles fit bei dir? Kann ich mich zu dir setzen? Ja, das ist schwarz. Du bist nicht süß oder norwegian, bist du? Was denkst du? Ich dachte, es war etwas über die Haare und die Augen. Ich bin hier bei diesem Settlement, in den großen Trenn, die letzte Woche. Manzanita Post, ich verabschiede ein paar Furs für Tools. All Nordic-types. Real strange. Äh, so schnell konnte ich gar nicht antworten. Der scheint freundlich zu sein. Ich wollte ihn jetzt nicht unterbrechen. Okay, ich überfalle ihn mal jetzt nicht. Geht er jetzt, dann kann ich ihn doch ausrauben, also seine Sachen hier. Der lässt, der lässt echt seine Sachen jetzt hier? Okay. Na, warum nicht? Ich hab so Schmetterlinge im Bauch, dann hör auf Raupen zu fressen. Iiii. 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 Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, da reiten weiter. Ich hatte mal wieder Lust auf was Festes. Drei Tage Durchfall. Niveau, wir sinken. Mal wieder. Yay, der Shad sinkt wieder. vom Niveau her, mein ich. vom Niveau her, mein ich. Mhm. Oh. Pfeile. Indianer. Die wurden angegriffen von den Indianern. Oh nein, das arme Pferd. Kann ich das losschneiden? Oh scheiße. Kann ich das losschneiden? Oh mein Gott. Oh, das tut mir jetzt grad voll leid. Kannst leider nicht losschneiden. Der war zu hart. Was? Habe ich jetzt nicht gelesen. Schmecken die Shadows oder was? Da habe ich tatsächlich Schnappatmung bekommen. Ich komme grad nicht mit. Ich habe keine Ahnung. Ihr beschäftigt euch schon mit euch alleine. viel Spaß. Ähm. Oh, da ist ein Kopfgeld. Oh, wie cool. Ähm. Hier drin? Hallo. Ja, wir sind sehr ehrlich. 90 Dollar. Okay, der sieht gruselig aus. Ilyas Green. Der sieht creepy aus. Tod oder lebendig. Tod oder lebendig. Extrem gefährlich. Er wurde zuletzt im Gebiet Greed Plains gesehen. Er trägt Tierfälle, einen Bärenhot und ein Wildlederhemd. Also ich kann ihn auch töten. Mord und Verstimmlung wird er gesucht. Oh Gott. Der sieht auch ziemlich creepy auf dem Bild aus. Muss ich ehrlich sein. Also unangenehm. Den hole ich mir jetzt. Tod oder lebendig, haben sie gesagt. Der ist da. Ich mach das jetzt. Komm. Ich hab Bock. Ja, Liz, du respektierst uns ja nicht. Also müssen wir uns selbst beschäftigen. Genau. Ja. Ihr respektiert mich doch genauso wenig. Das beruht nur auf Gegenseitigkeiten, ja? Das Schlimme ist, Liz meint, ähm, hm, ob man das falsch versteht. Das klingt falsch, Liz. Was? Was klingt denn schon wieder falsch? Was hab ich denn jetzt schon wieder gesagt? Wisst ihr, warum ihr das falsch versteht? Weil ihr immer schweinig denkt. Ja? Dafür kann ich ja nichts. Ich hab jetzt was anderes gemeint. Aber gut. Ich sag ja, der Chat ist verferkelt. Ohne Ende. Warum ist das schlimm, Sven? Weil Sven pervers ist. So, jetzt hab ich's gesagt. Wir sind nicht ver... Überhaupt nicht. Ihr seid ganz, ganz lieb. Nicht. Wir haben Spaß mit uns... Ja, ähm... Ja. War klar, dass ihr das schon wieder falsch versteht. Schwarzer Humor eben. Ja, es gibt aber auch schwarzen Humor, der kann ein bisschen... sehr extrem sein. Also, ich hab nichts gegen schwarzen Humor. Es gibt nur manche, äh... Witze. Die sind ein bisschen sehr übel. Oh shit. Ach du Kacke. Ich glaub, in das Gebiet, wo ich jetzt hinreite, ist das vielleicht keine gute Idee. Indianerangriffe. Wir respektieren dich nicht, weil... Ausrede such. Ähm... Nur weil du in geschlossenen Räumen eine Mütze trägst. Ja. Sehr gerne sogar. Ich steh dazu. Wie man versaut, sagt die Frau mit Hobbykiller. Gar nicht. Ich sperre nur die Leute ein, die nicht brav sind. Damit wieder Ruhe einkehrt. Ja. Das... Das ist der wahre Grund. Jetzt sind aber nur Gangster. Ja, vielleicht bin ich ein Gangster. Ja. Bin verliebt und so. Ähm... Gibt es auch Grünhumor? Hallo Otternase. Das weiß ich nicht. Vielleicht grün, dass einem schlecht wird oder so. Ich weiß es nicht. Liss, du bist auch pervers. Aber ich hab grad nichts Perverses gedacht oder gesagt. Das habt ihr falsch verstanden, also seid ihr jetzt schuld. Bäh. So, und ich muss jetzt hier... Den komischen Typen finden. Ich brauch ne Waffe. Ne, ne, ohne Waffe geh ich da nicht hin. Ich bin ja nicht lebensmüde. Ähm... Ich bin nicht lebensmüde. Oh bitte, ich erschrecke mich jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, ob der Typ einen denn anspringt oder so. Oh Gott. Oder hier ist ne Höhle. Kann ich mir gut vorstellen, dass da irgendeine Höhle lebt. Jetzt hab ich Hunger auf Pfirsich. Der Apfel schmeckt nach Eistee. Kevin 19 isst einen Pfirsich. Wow. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich suche hier einen Mörder. Untersuch das Lager. Okay. Da ist schon jemand verstümmelt. Jesus. Oh, da sind noch mehr. Alter. Alter, was hat der mit denen gemacht? Ich hab Angst. Ach du Scheiße. Der ist tot, ne? Meine Listen Twitter ist mal wieder übelst überflutet. Meinst du mit Streamer, die gerade online sind? Kann sein. Es ist Freitag. Stream viele. So wie ich. Gehör dazu. Der passt nicht in den Topf. Ja. Deswegen nach und nach kochen. Jetzt hab ich Hunger auf. Achso, das hab ich gerade. Vielleicht wurde der von Indianern getötet. Immerhin schreit er. Oh, da ist ein anderer, den er gerade überfällt und umbringt. Oh, der hat eine Gruppe. Oh, das erste war die Skinner-Brüder. Wo ist er? Hallo? Du willst abhauen? Find ich ja jetzt nicht so geil. Nee, 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 nee. Sorry, aber du haust mir nicht jetzt ab. Oh. 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 So, ich kann jetzt eigentlich die Leute hier ein bisschen plündern. Schmeiß den mal kurz hier hin. Oder kann ich die nicht plündern? Doch, den kann ich plündern. Der Blick war gerade gut. Ja. Sagt alles, oder? Aufheben. Ich kann nur die plündern, die ich gerade abgeballert habe. Howdy, du Aal. Du meinst bestimmt Otter. Mit dem Essen wird nicht gespielt. Sammelt den Fisch ein. Eine Fischfalle auch still. Tja, da müssen wir jetzt ein bisschen laufen. Ja, warum nicht, Champa? Kannst ein Planschbecken hinbauen und dann den Fisch da rein. Gibt bestimmt jemand, der darauf reinfällt. Wehe, du greifst mich jetzt an. Du greifst mich jetzt nicht an. Toll, mein Pferd ist irgendwo und nirgendwo. Das ist keine Falle. Doch, für manche vielleicht schon. Wer weiß. Ja, mein Pferd. Endlich. Ich merke gerade ein bisschen Smash-Material. 22 Stunden Rendermaterial. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Bei mir in Assassin's Creed. Über 100 Stunden, die ich rendern muss noch. Ja, da habe ich es auch ein bisschen übertrieben, ne? So dieses, ich schaue mir dies an, ich schaue mir das an. Ich lasse mir Zeit. Genau. So, wer schreibt mir schon wieder? Kann nur meine Mom sein gerade. Schneiden, rendern und hochladen. Genau, das Hochladen und Rendern ist das Beste. Da musst du nichts machen. Das Schneiden ist manchmal das Nervige. Aber, ja. In Assassin's Creed habe ich ja 283 Parts momentan. Ich schneide ja noch die ganzen Szenen, wo ich die ganze Zeit mit dem Chat quatsche, weil das muss niemand sehen. Wie ich dann Pause mache und dann mit euch quatsche. Das schneide ich dann alles raus. Also gucke ich mir jede Minute an. Also bin mal weg derweil. Bin mega kaputt heute. Bist du, ne? Schlaf schön, Katze. Beziehungsweise ruhe dich schön aus. Und danke, dass du da warst. Ein schönes Wochenende. Vielleicht sieht man sich Sonntag. Da wollte ich ja mal Pokémon eigentlich. Je nachdem, ob ich heute fertig werde. Mal gucken. Vielleicht mache ich das Sonntag auch weiter. Ich habe mit meinem Skript nicht angefangen. Hast du jetzt heiß? Mach dir da echt keinen Stress. Ja, ich habe auch Fehlercode gerade. Ich sehe es. Ja, ja. Einfach F5. Ja. Es nervt, ich weiß. Das ist halt, weil mein Internet gerade mich nicht mag. Ich habe leider auch einen Fehlercode. Das passiert, wenn mein Internet nicht so mitmacht. Leider. Wo war das? Ich sehe auch, es ist instabil. Immer, wenn ich streame. Was soll das? Beim Schneiden mache ich es mir einfach alle 20 Minuten, wenn ich einfach die Aufnahme. Ja, ist beim Streamen ein bisschen schwierig. Da kann ich nicht alle 20 Minuten dann den Stream ausmachen. Beim Let's Play, ja. Das ist was anderes. Mein Leben ist ein Fehler. Na, dann bei mir ja auch. Achso. Wenn ich neben das Clou mache, ist das auch ein Fehlercode. Heute ist das Niveau des Shads wieder so extrem oben, ne? Ja, ist es. Chalo. Um deine Frage zu beantworten, ja. 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 Hier ist das Skinner, Bruder. Was ist der Rest von ihm? Lass green. Well, I'll be. Didn't think I'd see this one alive or dead. Throw him back out with the rest of the trash, will you? Okay. Einfach hier ablegen, okay. Lol. Ih, der hat mich voll geblutet. 99 Dollar sind, ne? Ja. Ja.